Ich weiß, wo das Upgrade ist und wir kommen noch hin und dann haben wir tatsächlich alle. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Ah. Endlich klappt's mal. Mann. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Oh, Mann. Ihr haltet mich nur unnötig auf. Ich muss den Pinguin finden. Oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was für Skills. Das sind Skills. Verstanden. 1241. Alles klar. Oh, Mann. Die Panzerhandschuhe noch einmal. Auf zum Leuchtturm. Wir checken kurz. Ja. Ja. Alle Geheimnisse. Perfekt. Untersuchung fehlt noch. 12%. Aber das ist der letzte Raum. Au. Scheiß Stacheln. Das ist der letzte Raum. 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 gut spätestens jetzt hätten wir den seilwerfer gebraucht und ein bisschen progress beim joker machen müssen okay der Boss aint much of a motivational speaker is gotta get to the top of the lighthouse looks like that's where the door control is Oh. Hey. Hey, Mann. Tschüss. He he he. Glaube ich nicht. Wer ist jetzt Niki von uns beiden? Ah. Ah. Komm rüber. Schau deine Augen öfter. Er könnte irgendwo sein. Komm schon, wo bist du? Ich weiß, dass du da bist. Ja, er läuft noch gechillter. Oh, ne Hand am Abzug. Idiot. Oh. Ja. Dann. Das war's. Oh Gott, ich hab echt keine Lust auf den Pinguin. Oh Gott, ich hab echt keine Lust auf den Pinguin. Oh Gott, ich hab echt keine Lust auf den Pinguin. Bitte Sir, beruhigen Sie sich. Kommen Sie mal wieder runter. Okay. Okay. So, die ist ein bisschen fester. Ja, bin ich. Dann machen wir es halt so. Und er ist down. So. So. Der Weg zum Pinguin ist frei. Oh. Los geht's. Los geht's. Oh Gott. 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 drei runden müssen wir machen das kommt immer verstärken die muss man nicht ausschalten wäre aber besser so wir warten kurz auf die drohne oh Perfekt. My cock not this. Nein, wir nicht. Wir nicht, okay. Oh. Also, man muss sie von hinten erwischen. Good to know.